Was mich auch unglaublich stolz macht, ich sitze in der kommenden DSDS-Theorie. Es ist wirklich so ein unbeschreibliches Gefühl, jetzt einfach mal in der anderen Position zu sein und bewerten zu dürfen, eure Talente bewerten zu dürfen. Deswegen bewirbt euch jetzt bei DSDS 2019, seid dabei, zeigt eure Talente, aber ganz ganz wichtig, seid immer ihr selbst, verstellt euch nicht für niemanden da draußen und dann seid ihr bzw. du bist der richtige Kandidat für uns als Jury und wir freuen uns riesig, wirklich an meine alte Heimat zurückzukehren. Ich bin wirklich stolz drauf und das habe ich natürlich auch euch zu verdanken, die ganzen letzten Jahren, den ganzen Support in guten Zeiten, auch in Zeiten, wo es nicht so gut lief. Habt ihr immer zu mir gehalten. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich auf DSDS 2019 mit euch gemeinsam. Mua. 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 Mua.